Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Dieser Moment, wenn man begreift, dass Peter Griffin die gleiche deutsche Synchronstimme hat wie Will Smith. Dieser Moment, wenn man unbedingt kündigen will, aber immer noch keinen besseren Job gefunden hat. Dieser Moment, wenn man eine 20 MB große App runterladen will und trotz fast 500 MB keinen freien Speicherplatz mehr hat. Dieser Moment, wenn man eine Nachricht bei WhatsApp bekommt und genau weiß, welchen thematisch passenden Sticker man jetzt bei Telegram schicken würde. Meine Mutter sagt immer, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Veganer haben nix davon. No matter how kind you are, German children are kinder. Ich habe nie verstanden, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Man hat doch ein Gewehr. Ich habe meinen Chef gefragt, ob ich heute zwei Stunden später kommen darf. Er sagte, träum weiter. Voll nett von ihm. Müssen Büffel für Klausuren menscheln? Stellt euch mal einen Horrorfilm auf Schweizerdeutsch vor. Obachtet, da spuckt ein Geistli im Hütli. Früher zogen Pferde kutschen. Heute ziehen Autos Pferde in Anhängern. Well played, Horse. Well played. Meine Frau sagt immer, du hängst zu mir. Neulich erst wieder. Du hängst ja nur noch auf dem Sofa rum. Mal eine Frage an die Hersteller. Bekommt ihr diese Rückenkratzer neben den Toiletten auch hautfreundlich hin? Veganes Kacken. Keine Wurst. Nur Suppe. Ich bin neulich ins Schwimmbad gegangen und habe dort acht Bahnen gezogen. Danach ging ich dort schwimmen. Polizeikontrolle. Rieche ich Alkohol? Nach. Was? Es heißt nach Alkohol und die Antwort ist nein nach Schweiß. Die Nacht habe ich geschlafen wie ein Moped. Seitlich auf dem Ständer und hinten raus leicht knatternd. Tauben sollten alle kleine Kopfhörer tragen, dann würde das Kopfnicken beim Gehen viel cooler rüberkommen. Wenn Wrestling gefaked sein soll, warum ist mein kleiner Neffe dann immer noch bewusstlos, nachdem ich ihn einen Tombstone Piledriver verpasst habe? Was liegt am Strand und nuschelt? Til Schweiger. Deine Fußbekleidung sieht aus wie ein Pokémon. Ist dir auch ein Pika-Schuh? Die Summe der Intelligenz auf diesem Planeten ist eine Konstante. Die Bevölkerung wächst. Ich verstehe nicht, was heutzutage mit der Polizei los ist. Gestern haben sie mir noch den Führerschein abgenommen und heute soll ich ihn schon wieder vorzeigen. Mir egal, was die anderen sagen. Ich hab den Abitur. Wer die Ziege nicht ehrt, ist dieses nicht wert. Mein Nachbar mag meine Musik so sehr, dass er sogar einen Ziegelstein durch mein Fenster warf, um die Musik noch lauter zu hören. Heiter, heiter! H.P. Baxter, als er noch das Wetter kommentierte. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ein Zwilling ist. Wir hatten dann einen Dreier. Sie sah ja schon super aus, aber ihr Bruder war echt der Hammer. Von rechts kommt ein Smart. Links ist auch frei. Yo, Daumen hoch und like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeig dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.